Seid ihr herzlich willkommen. Tagesimpuls am 19. Oktober. Er ist von sich selbst überzeugt. Er sitzt an seinem Thron und hat die Erwartungen, dass du näherst, dass du deinen Gefühlen zeigst. Er hat noch eine sture Haltung. Du kannst mit ihm kontaktieren, ja, wenn du das möchtest, aber wenn du auch deine Erwartungen hast, sei ein bisschen geduldig. Er kann das nicht aushalten und bald meldet er sich bei dir. Außerdem gibt es noch jemand von Vergangenheit und diese Person, das kann ein Mann sein, kann auch eine Frau auch sein, denkt an dich und ist schon auf dem Weg zu dir. Und das war dieser Tagesimpuls. Es besteht die Möglichkeit, einen persönlichen Orakel buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Denderer Eure Denderer Eure Denderer Eure Denderer